Hey ihr Rock'n'Roller da draußen, herzlich willkommen bei www.playgitar.de und unserem dieswöchigen Wikileak. Heute habe ich euch ein kleines Ding von einer meiner absoluten Lieblingsbands mitgebracht, auch einer meiner absoluten Lieblingssongs. Vielleicht erkennt ihr das ja von ganz alleine. Na klar, the Pretender von den Foo Fighters. Schauen wir uns jetzt mal an, wie diese Nummer funktioniert. Und zwar geht's los, die A-Seite leer. Auf der D-Seite greife ich den zehnten Bund, auf der G-Seite den neunten, auf der B-Seite den zehnten mit dem kleinen Finger und auf der hohen E-Seite den siebten. Eine interessante Form, einen A-Moll-Neun zu greifen, kommt nicht jeden Tag vor. Ich schlage die A-Seite und die D-Seite mit meinem Pick an. Die G-, B- und E-Seite mit Mittel-, Ring- und kleinen Finger. Jetzt schlage ich die A-Seite offen an. Und die G- und die B-Seite mit Mittel- und Ring. Jetzt muss ich mit meinem Zeigefinger rüber auf die E-Seite in den siebten und danach in den achten und dann wieder die A-Seite leer. Jetzt in den neunten Bund auf die A-Seite. Und jetzt schlage ich die A-Seite im neunten Bund nochmal an. Zieh die nach oben, lass sie ihn zurückkommen. Z-E-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020